Chefinspektorin Lara Fischer und Chefinspektor Amar Kovac haben heute von der Pressestelle einen ungewöhnlichen Auftrag bekommen. In den sozialen Medien machte ein Bericht die Runde, dass die Polizei nur FalschparkerInnen und TemposünderInnen abstraft und die Pressestelle möchte dem entgegenwirken. Lara und Amar haben daher die Aufgabe bekommen, eine Verbrechensstatistik für die Pressestelle anzufertigen. Die Pressestelle möchte also eine Verbrechensstatistik über den Zeitraum, in dem wir nun schon die neue Datenbank haben. Wie gehen wir das an? Ich denke, wir sollten uns die Tabelle Delikt einmal genauer anschauen. Wir müssen daraus eine gruppierte Liste machen mit den Häufigkeiten der einzelnen Delikte. Aber was müssen wir als Gruppen zusammenfassen und wie kann ich die Anzahl der zugehörigen Delikte in der Abfrage angeben? Da wir wissen wollen, wie oft die verschiedenen Delikte vorgekommen sind, gruppieren wir nach der Deliktyp-ID. Und wir selektieren die Deliktyp-ID und die Anzahl der Delikte mit Hilfe von COUNT aus der Tabelle Delikt. Ah, verstehe. Ja, so kann es funktionieren. Zeig mal das Ergebnis. Könnte ich hier eigentlich auch COUNT Stern statt COUNT Deliktyp-ID schreiben? Bei COUNT Stern werden Nullzeilen mitgezählt, bei COUNT und einem Spaltennamen wie unserer Deliktyp-ID nicht. Die Zählung findet aber hier pro Gruppe statt, das heißt bei uns hier nach dem Deliktyp. Das Ergebnis würde sich somit maximal in einer Zeile unterscheiden, die Zeile für die Gruppe Null, jene mit keinem eingetragenen Deliktyp. Ach ja, ich kann mich erinnern, dass wir beim Anlegen der Tabelle festgelegt haben, dass bei Delikten immer auch eine Deliktyp-ID angegeben werden muss. Daher sind in der gezielten Spalte keine Null-Einträge und es liefern in diesem Fall beide Abfragen das gleiche Ergebnis. Ja. Aber mit unserer Abfrage können wir ja immer noch nicht viel anfangen. Das können wir so nicht veröffentlichen. Die Pressestelle braucht auch die Beziehungen der Deliktypen. Stimmt. Wir sollten die Abfrage mit einem Inner-Join erweitern. Wir haben hier ja nur die IDs der Deliktypen und keine Bezeichnung. Die Beziehung steht in der Tabelle Deliktyp. Genau. Wir müssen also die Tabellen Delikt und Deliktyp miteinander verbinden. Wie sieht das dann aus? Wir selektieren zusätzlich die Bezeichnung aus der Tabelle Deliktyp und verbinden dafür die Tabellen Delikt und Deliktyp über die gemeinsame Deliktyp-ID. Super. Damit haben wir schon eine erste für die Pressestelle verständliche Tabelle. Die Liste speichere ich schon mal. Wobei, es sind sehr viele Einträge drin. Manche nur mit ein, zwei Delikten. Lass uns noch eine andere Variante der Tabelle erstellen. Eine, in der nur die Deliktypen aufgelistet und gezählt werden, die häufig vorgekommen sind. Was, wenn wir nur die veröffentlichen, die mindestens zehnmal verübt worden sind? Das ist eine gute Idee. Und wie willst du das lösen? Mit Having. Dazu müssen wir nur eine kleine Ergänzung in der obigen Abfrage vornehmen. Mit Having Count größer gleich zehn nehmen wir nur die Einträge in das Ergebnis auf die mindestens zehnmal vorkommen. Sehr gut. Das Ergebnis sieht gut aus. Das sollte passen. Schickst du das bitte gemeinsam mit der vorherigen Tabelle an die Pressestelle? Erledigt. E-Pause? Gerne. Die Pressestelle möchte den Bericht nun auch einen Abschnitt mit den entstandenen Schäden bei den einzelnen Deliktypen hinzufügen. Die haben auch immer neue Ideen. Ja, ich weiß. Und wie gehen wir das an? Wir möchten alles pro Deliktyp wissen. Daher gruppieren wir erst einmal dementsprechend. Dann selektieren wir Deliktyp und Bezeichnung, damit das Ergebnis verständlicher ist und berechnen die Summe der Schadenshöhen. Dafür brauchen wir die Tabellen Delikt und Deliktyp und verbinden sie wieder über die gemeinsame Deliktyp-ID. Das klingt super. Wollen wir das Ergebnis noch einschränken? Da stand doch was in der Mail. Ja genau. Wir nehmen nur die Deliktypen in die Liste auf, deren durchschnittliche Schadenshöhe 500 Euro überschreitet. Dazu fügen wir am Ende der Abfrage eine Having-Klausel hinzu. Da definieren wir, dass nur Delikte in der Ergebnisliste aufgenommen werden, deren durchschnittliche Schadenshöhe über 500 Euro liegt. Super. Damit müsste die Pressestelle zufrieden sein. Lara und Amar haben sehr gute Arbeit geleistet. Die Pressestelle war sehr zufrieden und die Statistik wird bald veröffentlicht. Hoffentlich wird dadurch den falschen Nachrichten in den sozialen Medien weniger Glauben geschenkt. Die Polizeiinspektion leistet nämlich gute Arbeit, gerade bei der Aufklärung von Verbrechen. Und nicht nur bei Falschparkern und Temposündern.